Hallo und willkommen zurück zu, äh, ja, Heavy Rain, einer weiteren Folge. Wir sind hier zum Lagerhaus gelangt und, äh, na, müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. So, komm, geh offen, geh offen, komm, geh offen. Krieg ich nicht offen. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Guck mal, vielleicht finden wir irgendwo einen... Ich geh wahrscheinlich erstmal in die falsche Richtung, so wie ich mich kenne, oder? Da hinten sieht's eingestürzt aus. Schau mal, vielleicht... Oh, oh. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das ist aber auch am Schütten, ne? Das ist eine wahre Sonne. Ob wir da durchgehen sollten? Ob das so sicher ist? Oh, warte mal. Oh, R1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, R2. Aua. Das war so klar. Aua. Haben wir eine Blutspur hinterlassen? Ah ja. Guck mal. Nur bitte den Strom nicht anfassen. Hier ist nicht gut. Gibt's da noch eine andere Kameraeinstellung? Gibt's hier vielleicht eine Tür, oder so? Nein, okay. Hätte ja sein können. So. Äh, hallo? Vielleicht kommen wir jetzt von hier irgendwie ins Gebäude. Vielleicht ist hier eine Tür. Ah, hier. Hier ist schon wieder so ein Schmetterling. War vorhin draußen an der Mauer auch, hab ich gesehen. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich möchte ein Spiel spielen. Hm. Entschuldigung. Ob wir das offen kriegen? Woher weiß er denn, was sich dahinter befindet? Oder dass er da durchmüßt? Das ist so ein Verbrennungsofen, oder? Ähm. Wo ist das denn? Streichhölzer? Nee, oder? Ist das... Ah, nee. Ich dachte, das ist für ein Verbrennungsofen. Puh. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Nein, falsche Taste. Entschuldigung. Ich sag doch, ich kann Quicktime-Events nicht. Und einer macht jetzt die Tür zu. Ich weiß es genau. Was habe ich gesagt? Ich wusste es. Aber wer war das? Also ist ja quasi einer hinter uns her, oder? Oh, da riecht ich mich da. Der uns beobachtet und verfolgt. Weil wer soll wohl wissen, wer... Äh, wo wir sind? Oh nein, was ist das denn? Nein. Alter, Aua. Boah, wie gemein. Alter, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh... Aua, aua, aua... Alter, au... Au, 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 au... Das tut beim Zugucken schon weh. Äh, wo lang? Ähm... Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Also nach rechts, ja? Okay, dann schauen wir mal. Müsste... Ja. Also nach rechts. Ach. Au, 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 au... Uhuhuhuhu. Alter. Au. Au, 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 au. Okay. Nach links. Dann gehen wir mal nach links. Au, 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 au... Oh, das ist böse. Das ist sehr böse. Oh, das ist voll gemein. Ohne Spaß. Das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Au, 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 au. Probieren wir nochmal. Mal gucken, wo lang. Okay, nach links. Aber laufen wir noch im Kreis, oder? Oder irgendwas nicht gar. Aua. Au, 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 au. Boah, wie gemein, ey. Au, 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 au. Ich frau mich, wer die Splitter hingelegt hat. Vor allem so viele. Der muss ja ordentlich Glasflaschen gesammelt haben. Die IT-Flaschen waren wohl aus. Okay, dann gehen wir mal nach rechts. Ich glaub, da ist der Ausgang. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Alter. Blut und Wasser schwitze ich hier gerade. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Alter. Oh, und da sind noch mehr Scherben. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Alter, da ist das fies. Oh Gott. Oh Gott, wo geht's denn da hin? Ich schätze mal, ich hab keine andere Wahl. Oh, oh. Was erwartet mich da unten? Mhm. Hinein. Hey, die neue Rutsche. Im Spaßbad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss irgendwas drücken. Ich weiß es. Was? Oh Gott. Ah, ja, komm, steh auf. Puh. Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. Leute, wirst du's mir zeigen. Leben oder sterben. Du hast die Wahl. Ach, du heiliger Strohsack, oh Gott. Ich höre lieber auf, solange ich noch lebe. Ich rette Schorn nicht, wenn ich hier sterbe. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Schorn retten will. Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Da sollte ich hin. Aber ein Schmetterling hat das so geholfen. Wenn ich so viel Blut verloren haben, kann kaum aufstehen. Die Abstände sind unterschiedlich. An manchen Kondensatoren könnte ich leichter vorbei. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Scheint die letzte Prüfung vor dem Schmetterling zu sein. Die Kondensatoren stehen unter Strom. Wenn ich sie berühre, bin ich erledigt. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Ich muss mich konzentrieren. Kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag. Ja, du bist sofort weg. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Hallo, Ethan. Ich möchte ein Spiel spielen. Oh mein Gott. So, ich schaue mich jetzt erstmal um. Ich will nicht drauf gehen. Crowd. Was? Gehen, bleiben? Nein. Ich bleibe. Ich bleibe. Okay, da könnte ich jetzt gehen und die Prüfung... Ich ziehe das durch. Wirklich. Ich ziehe das durch. Ich muss nur gucken, wo ich jetzt hier... Hier sieht es aus, als würde ich da durchkommen. Ich riskiere es, okay? Ich... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Fehler jetzt. Kein Fehler. Kein... Kein... Verdammten... Fehler. Fehler. Waaah. Warte mal. Ich glaube... Warte mal, wenn ich links gehe... Ne, rechts glaube ich, oder? Ne, warte mal, rechts komme ich gar nicht lang. Okay. L2 ist da. Eieieieieieieieieiei. R1 noch. Natürlich noch mehr Tasten. Warum denn nicht? Ich habe doch nur 5 Finger. Äh, 10. Was? Ähm, ähm, L1. Nein, au, 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 Alter. Oh Gott. Ich bin fast tot. Alter. Okay. Nochmal. Also. L1 ist... L1 ist da. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Nein. Das ist nicht gut. Kann ich mich entscheiden, wo ich lang gehe? Warte mal. Was ist denn, wenn ich zurückgehe? Da geht es doch noch viel weiter. Warte mal. L2 ist da. L2? Gott, 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 Gott. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Wow. Okay, 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 okay. Ich steh kurz vor Abnippeln Hab ich das schon mal erwähnt? Also im Spiel jetzt Okay Okay, 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 weiter gucken Ähm Okay Kein Fehler Kein verdammten Fehler jetzt Oh Nein, 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 was? Nein Oh Gott Oh Gott, oh Gott Er ist trotzdem weitergegangen Äh, ich weiß gar nicht warum Jetzt trotzdem irgendwie geschafft Ich muss mich konzentrieren Ich muss zum Schmetterling kommen Ähm Ich glaube, ich muss Ich glaube, ich muss nach da Glaube ich zumindest Sieht zumindest danach aus Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist Ich muss schauen Kriech da durch Kriech da durch, kriech da durch, kriech da durch, kriech da durch Kriech da durch, kriech da durch Oh Uh So, ähm Das sieht gut aus Abwarten Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe eine Barrikade, dann sind wir, glaube ich, durch Ich Boah, bitte jetzt kein Fehler Und jetzt loslassen, oder was? Höh Oh, Alter Oh Oh, wie mies Eine weitere Speicherkarte Mit einem Video Oh, nein Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Ob wir rechtzeitig kommen Das wird sich zeigen, ne? Hei, 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 hei Das war knapp Aber wir haben es geschafft Mittwoch, 21 Uhr 6 59 59 Millimeter Oh, mein Gott Ihr rettet ihn schon wieder Haben wir nicht ein paar Schmerzmittel für ihn? Boah, das ist böse Wie der aussieht Ethan Ethan, hören Sie mich? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Okay, ganz ruhig Ich muss ihm irgendwie helfen können Warte mal Hallo Geh doch mal in die Richtung Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht Was macht er damit? Frag ihn doch einfach mal Haben wir hier wieder irgendwie Hilfsmittel? Kann sie auf Toilette gehen? Nein, kann sie nicht Okay Was kann sie denn noch tun? Kann sie hier irgendwas Na, geh doch Sie haben sehr hohes Fieber Hallo? Sind das Brandmaler auf Ihrer Brust? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen Um die Wunden zu versorgen Ich treffe ok Oh, ja, du hast alles Nein, du hast Dir